Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial hier auf meinem Kanal RalfingerLP und zwar geht es heute um Multiplayer-Spiele selber hosten. Das bedeutet, ihr seid der Server für eure Freunde und hostet eine Map oder ein Spiel. Ganz, ganz schwierig einzustellen für die meisten Leute, weil sie selbst nicht wissen, wie geht das, warum funktioniert das bei mir nicht, warum kann mein Freund mich nicht finden. Eigentlich ganz einfach und zwar, es gibt zwei Protokolle, die ihr dazu braucht oder auf eurem Router freischalten müsst. Und zwar einmal das UDP-Protokoll, ich habe ein bisschen was dazu geschrieben, sendet die Daten, ohne sich um den Verbleib zu kümmern. Das ist noch ein bisschen FAQ hinterher. Das heißt, UDP kümmert sich darum, dass alles rausgeht. Was da mit draußen passiert, ist UDP egal. Um das zu senden, müssen folgende Ports freigegeben werden. 23.002 bis 23.005. Ich in meinem Router habe hier jeden Port einzeln freigegeben, also für jeden eine Regel erstellt. Somit kann ich mir sicher sein, dass es auch funktioniert. Es gibt auch Router, die von bis nehmen. Dann kann man von 23.002 bis 23.005 einstellen, dann sollte das auch klappen. Dann gibt es auch ein zweites Protokoll, TCP. Das stellt sicher, dass der Client, also der Empfänger, die Daten korrekt erhält. Das ist sozusagen geprüft, ob das, was gesendet wurde, auch wirklich so angekommen ist. Ja, wer sich da ein bisschen auskennt mit dem Internet, es gibt so diesen Begriff Packet Loss, ja. Das sind auch manchmal Lags auf den Servern. Das heißt einfach nur, dass die Daten nicht korrekt angekommen sind. Also gibt es so eine Verzögerung, ein Leck oder irgendwer fliegt durch die Gegend. Das macht dieses Protokoll. Hier auch wieder zwei Ports, die 8.766 und die 27.016. Beide im Router bitte freigeben. Die ganzen Zahlen seht ihr auch noch in der Videobeschreibung, da habe ich die mal reinkopiert. Nochmal mit der Beschreibung, so wie ihr es auch hier sehen könnt. Das müsst ihr machen auf eurem Router, damit überhaupt ein Multiplayer-Spiel gehostet werden kann im Internet. Und es auch wirklich gefunden werden kann von euren Freunden. Wenn ihr dann in Arma 3 seid, wohin wir jetzt mal kurz wechseln werden, geht ihr hier auf Multiplayer und sagt hier unten Neu. Ganz simpel eigentlich. Dann gebt ihr dem Ganzen einen Namen, wie zum Beispiel bei mir jetzt hier Reifinger IP. Sagt Internet und ihr seht hier 23.02. Oh, den Port haben wir gerade schon mal gesehen. Den behalten wir mal bei. Dann gebt ihr hier eine maximale Spielerzahl. Wenn ihr 1 eingebt, könnt ihr nur ihr spielen, ja. Also sobald ihr zu zweit spielen wollt, mindestens 2 eingeben. Ihr könnt aber auch hier 2.374.000, 8.000.000 eingeben, ja. Völlig egal. Wir machen mal 10 und hier könnt ihr noch ein Passwort eingeben, denke ich mal an Ralf for the win. Ja, warum auch nicht. Da ist noch ein bisschen Schwachsinn, machen wir es einfach mal so. FTW und ist ja auch egal, ist ein Tutorial. Wenn ihr das gemacht habt, hier Passwort vergeben und so weiter, Spielzahl, drückt ihr mal OK. Jetzt kommt ihr zu dem Menüauswahlpunkt, der sehr interessant wird. Und zwar habt ihr hier oben die Karten, was ihr so alles hier im Workshop runtergeladen habt an Maps und so. Und könnt ihr hier ausprobieren. Wie zum Beispiel jetzt hier die Capture the Flag Max, die ich zur Zeit mit den Leuten vom Alliance Network aufnehme. Ihr habt jetzt euch gedacht, gut, ihr spielt jetzt mal Capture the Flag und sagt dann mal hier Bearbeiten. Das bringt nichts. Wir sagen Spielen, Entschuldigung. Hier sagen wir jetzt Parameter. Und hier könnt ihr zum Beispiel einstellen, was auf der Map alles passieren soll. Welches Team, welches Land ist, wie lange das Spiel gehen soll und wie viele Fahnen hier gecaptured werden dürfen. Das sind dann von Map zu Map unterschiedliche Einstellungen. Ich muss das nochmal kurz so demonstrieren. Ich gehe mal hier auf, wir nehmen einfach mal Doomsday auf einer anderen Map. Doomsday Night, wenn ich hier reingehe und sage, nicht Neustarten. Moment, da habe ich ein Save Game. Dann machen wir doch mal lieber hier Coop-Handern. Und das, ja, völlig egal, Neustarten, ja, da habe ich schon lange nicht mehr gespielt. Und ihr habt hier, wie ihr seht, gar keine Parameter, ja, gibt es einfach nicht. Ist so. Ja, es ist immer von Map zu Map unterschiedlich. Wenn ihr in diesem Bildschirm seid, hier, ja, das Ganze, wenn ihr da seid, habt ihr schon die Möglichkeit zu sehen, ob jemand gerade connected, ja. Und ihr seht hier Ralf Host, das bin ich. Wenn ihr auch schon in diesem Ausfallmenü seid, seid ihr auch schon online. Also es geht eigentlich recht fix, recht zügig. Und wichtig sind eben nur die Ports, wie ich euch vorhin gezeigt habe. Ich switche hier nochmal das Fenster ganz kurz. Ähm, diese bei UDP und bei TCP diese. Falls es immer noch Schwierigkeiten gibt, bitte schaut, dass eure Firewall in Windows Arma 3 Excel erlaubt, zu senden und zu empfangen. Ja, das ist noch ganz wichtig. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, schreibt es mir in die Kommentare. Oder wenn ihr einen Wunsch habt zu einem weiteren Tutorial, schreibt mir das bitte auf Facebook. Link dazu auch in der Videobeschreibung. Ich hoffe, ich habe euch geholfen. Und viel Spaß beim Hosten eurer eigenen Multiplay-Webs. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.